Update Event. Vorab heute gibt es keine V-Bucks bisher und das ist schon öfter. So, heute gibt es wieder Waffe Verbesserer, das ist schon mal gut. So, Event Shop, weiß nicht, langgezogen anscheinend, wieder im Bug. Wir haben Highlander Kriegerin Wildcat wieder drin. Verringere Energiekasten von Splittergranaten um 29% oder um 71%. Der Zweier-Takt da ist wieder dran. Eigentlich gute Waffe, würde ich sagen. Schießt zweimal anstatt einmal. Kann man eigentlich mit spielen, aber Halbbarkeit ist nicht so nice. Dann... Ach man, ist das am Wacken, ey. Schamitzler-Age verringert die Energiekosten um 33% von Wurststern oder um 83%. Legendäre Kraftquellen... Monsoon, ne? Brauchen wir nicht. Ach, jetzt werde ich hier vollgespumpt. Ja, echt. Ja, echt, hast recht, Chris. Echt. Stummspitter 10 Stück. 57 Mal angucken. Oh, ne, schon ist das Stück. 57 Mal angucken. Oh, ne, schon ist das Stück. Blitz in der Flasche, da kann ich hier gar nicht mit reiner Regentropfen, vorteil fix, ja gut, dann ist das schon, ist ja nicht gerade viel heute, na gut.